Eine neue Visa-Regelung tritt am Sonntag in Großbritannien in Kraft. Sie ermöglicht bis zu drei Millionen Einwohnern von Hongkong und ihren nahen Familienangehörigen, sich in Großbritannien niederzulassen. Peking kritisierte das Schema zuvor und führte aus, dass die britischen Dokumente in China keine gültige Identifikation darstellen. Premierminister Boris Johnson sagte, dass das Vereinigte Königreich für Freiheit und Autonomie eintritt, indem es den Bewohnern Hongkongs einen Weg zur Staatsbürgerschaft anbietet. Ab Sonntag können Hongkonger mit British National Overseas oder BNO-Pässen beantragen, sich in Großbritannien niederzulassen. Dies ist eine Reaktion auf Pekings strenges Gesetz zur nationalen Sicherheit, das in Hongkong verhängt wurde. In einem weitgehend symbolischen Schritt sagt Peking nun, dass es BNO-Pässe nicht mehr als gültiges Reisedokument anerkennen wird. Simon Chung ist ehemaliger britischer Konsulatsmitarbeiter. Er wurde in China gefoltert und war der erste BNO-Pass-Inhaber, dem in Großbritannien politisches Asyl gewährt wurde. In einem Interview mit Epoch Times Großbritannien sagte er, dass die Kommentare von Peking keine große Wirkung haben werden. Es ist nur eine theatralische Geste, würde ich sagen, ohne wirkliche Bedeutung für die meisten Bürger in Übersee mit britischer Nationalität. Ich würde sogar sagen, es wäre eine Erleichterung, denn das ist die mildeste Reaktion Chinas, die sie tun würden. Auch die BNO-Pass-Inhaberin und Kantonesischlehrerin Maggie Wong sagte im Gespräch mit der Epoch Times Großbritannien, dass es keine direkten Auswirkungen geben wird. Das wichtigste Ausweisdokument, mit dem sie aus Hongkong ein- oder ausreisen können, ist der Personalausweis. Auch wenn sie also ihren BNO nicht benutzen können, um Hongkong zu verlassen oder nach Hongkong zu kommen, können sie immer noch ihren Hongkong-Pass benutzen. Das britische Außenministerium sagte, es sei, Zitat, enttäuscht, aber nicht überrascht von der chinesischen Entscheidung, BNO-Pässe nicht anzukennen, Zitat Ende. Es fügt ja hinzu, dass es sich darauf freue, Menschen aus Hongkong willkommen zu heißen, die sich in Großbritannien niederlassen möchten. Während bis zu drei Millionen Hongkonger und ihre Angehörigen sich für das Programm bewerben können, ist es nicht klar, wie viele Menschen dies tun werden. Der Geschäftsführer von Hongkong Watch, Benedict Rogers, glaubt, dass Hongkonger, die nach Großbritannien kommen, langfristig Vorteile für das Land bringen werden. Ich möchte, dass Hongkong dies bleibt, die freie Stadt, die sie bis vor kurzem war. Aber angesichts der Situation in Hongkong hoffe ich, dass diejenigen, die weggehen wollen, dieses neue Leben in der freien Welt finden können. Ich denke, das ist eine Politik, die den Hongkongern hilft, aber es ist auch eine Politik, die auf lange Sicht Großbritannien zugutekommen wird. Die Regierung erwartet zwischen 150.000 bis 300.000 Visa-Bewerbungen in den nächsten ein bis zwei Jahren. Und hier eine Buchempfehlung. Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er, verborgen oder offen, auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit. Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen. Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich einer zehrenden Krankheit gleich an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke. In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten Retter, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Jetzt bestellen! Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Onlineshop. Wie der Teufel die Welt beherrscht, untersucht auf insgesamt 1.008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Die Autoren analysieren, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat. Gewundenes Buch. Alle drei Bände für 50,50 Euro, kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Hörbuch und E-Book um 43 Euro. Weitere Bestellmöglichkeiten bei Amazon.de oder shop.epochtimes.de sowie E-Mail unter bücher-at-epoch-times.de Das Hörbuch gibt es zudem auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Download wie iTunes, Google Play, Spotify sowie Audible etc. Etc.